In ist, wer drin ist, Clubhouse als Kanal für Ihr Marketing. Ein Wort, an dem aktuell kein Weg vorbeiführt, Clubhouse. Doch was ist dran am Hype um die neue Social Media Plattform? Ist es sinnvoll oder lohnenswert, dort als Unternehmer oder Verkäufer oder Führungskraft aktiv zu sein? Mehr dazu erfahren Sie in der Februar-Ausgabe von Limpeg Group TV. Was ist Clubhouse überhaupt? In erster Linie handelt es sich um eine App, welche gewissermaßen Live-Podcasts und Konferenzen verbindet. Sie können sich als passiver Zuhörer ein interessantes Thema aussuchen und einfach zuhören. Oder Sie beteiligen sich selbst aktiv an einer der Diskussionen im virtuellen Raum. Das alleine erklärt allerdings noch nicht, warum die App gerade so beliebt ist. Aus meiner Sicht haben dazu zwei Dinge geführt. Die Exeklusivität und der Austausch in Echtzeit. Es kommt nämlich nicht jeder rein, der will. Sie brauchen eine Einladung von jemandem, der schon drin ist. Und aktuell gibt es die App auch nur für iPhones. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Co. können Follower direkt interagieren. Sie müssen nicht darauf warten, dass Ihr Kommentar beantwortet wird. Sondern heben einfach die virtuelle Hand und können Ihre Frage stellen. Coole Sache. Gerade in Zeiten wie diesen, wo der direkt und persönliche Austausch so rar geworden ist. Natürlich habe ich mich gefragt, ist das auch was für mich als Unternehmer? Ich habe mir das Ganze ein paar Tage angesehen und an einigen Talks teilgenommen. Festgestellt, dass schon einige CEOs da oben sind und einige Geschäftsführer. Viele aus den Familienunternehmen sind dort. Mein Fazit? Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Sie können in der App netzwerken und mit potenziellen Neukunden ins Gespräch kommen. Sie können selbst Diskussionsrunden planen, mit Followern und Interessenten zu von Ihnen vorgegebenen Themen reden und beispielsweise Best Practice aus Ihrem Unternehmen oder aus Ihrem Markt vorstellen. Wenn Sie selbst sehr aktiv sind und auch Einladungen in fremde Diskussionsrunden annehmen, haben Sie die Chance, Ihre Expertise und das Know-how Ihres Unternehmens einem immer größeren Zuhörerkreis bekannt zu machen. Klingt doch ziemlich gut, oder? Viele Unternehmer und Verkäufer haben immer noch im Kopf, dass für B2B-Online-Marketing eigentlich nur LinkedIn in Ordnung ist. Ganz ehrlich, die Zeiten sind lange vorbei. B2B steht nicht mehr für, bei vielen ja, boring to boring. Generell glaube ich sowieso, dass wir bald eh nicht mehr zwischen B2B und B2C unterscheiden. Sondern stattdessen, in Englisch hört sich es wahrscheinlich ein bisschen komisch an, age to age interagieren. Also, was ist damit gemeint? Human to human, also Mensch to Mensch. Ich bin ein großer LinkedIn-Fan, keine Frage. Doch warum sollten CEOs keine Lust haben auf anderweitigen Austausch? Probieren Sie es einfach mal aus. Ich habe selbst zwei feste Formate ins Leben gerufen. Jeden Mittwoch um 20.30 Uhr diskutiere ich mit wechselnden Talkgästen im Limbeck Management Talk. Eine Fragestellung aus dem Feld Management und Führung. Und jeden Freitag um 18.30 Uhr gibt es mit mir den Limbeck Sales Talk. Schalten Sie gerne mal rein und trauen Sie sich, neue Kanäle, Plattformen und Formate für Ihr Marketing auszutesten. Denken Sie mal daran, ob es wirklich sinnvoll ist, wissen Sie erst, wenn Sie es selbst ausprobiert haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns demnächst bei Clubhouse hören. Glück auf, Ihr Martin Limbeck. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank.